Das ist wunderbar. Ärger auf der Baustelle? Entschuldigung. Was? Etwas Wichtiges? Keine Ahnung. Später zurück. Wie lange seid ihr beiden denn schon zusammen? Schon eine ganze Weile. Sie haben wirklich Glück, Bella. Eine treuere Seele als Tristan kann man sich nicht wünschen. Kennt ihr euch schon länger? Nein. Aber ich habe einen Blick für sowas.